Tag, servus, mon und hallo zum Donnergurgler. Hier geht es wieder um die Dinge, die kein Mensch braucht, aber trotzdem Spaß machen. Und Spaß ist wie immer eine relative Sache. Es ist ein Klopper geworden und ich habe ihn unterschätzt. Ich habe dabei den, ja ich würde fast sagen, alternative Klemmbausteine Klassiker von Xingbao. Das maritime Museum, Reihe ist mir nicht bekannt, das ist die 0, 100 und die 5 von Xingbao, hat 5.000 Zweiteile oder 5.050, je nachdem ob mit Minifiguren oder ohne. Ich weiß nicht, wann es erschienen ist. 2015, 2016, es ist so eines der ersten, neben dem Sembo Club, sicherlich einer der ersten großen Modulas, die so rauskamen. Gerne unten reinschreiben, wer es genauer weiß. Das kostet, wenn man es bei Bluebricks kauft und wenn ihr es bei Bluebricks kauft, freue ich mich natürlich. Wenn ihr meinen Affiliate Link benutzt, steht unten in der Description, dann kostet es satte 190 Euro, was für den Teilepreis von 3,7 Cent eigentlich wiederum okay ist. Aber man muss auch sagen, das Ding kriegt bei Bluebricks, bekommt ihr das ohne diese Figuren, denn die sind Streitfall, wie ihr wisst. Und man kriegt das in Asien ohne Packung für 135, aber dann mit die Figuren und ja, welche Version dann ihr kauft, müsst ihr entscheiden. Wie gesagt, wenn ihr die von Bluebricks kauft, gerne meinen Link benutzen für ein bisschen Cashback für mich. So, es ist ein Klopper, er hat mich wahnsinnig Nerven gekostet, ich habe das Ding extrem unterschätzt. 5000 Teile sind nicht wenig, aber normalerweise, wenn man Modulars mit 4000, 5000 Teilen hat, dann sind es meistens halt ganz viele Einmaleinsfliesen, die man irgendwo durchfließen muss. Aber das Ding ist von vorn bis hinten kleinteilig gebaut, wirklich kleinteilig gebaut. Und jeden dieser Fenster baut man einzeln, alles einzeln. Und am Schluss, es ist ein Riesenklopper, der ohne dem hier von Maulking eigentlich, meines Erachtens, nicht zu bewältigen ist. Denn man haut da Plate auf Plate auf Plate, besonders beim Dach oder auch in der Mitte drin mal, wo man echt drauf dreschen muss. Und die Xing Baul, wir haben es hier, ich habe das Ding von der lieben Katrin von Pandoras Box gekauft, gebraucht. Und ich hatte jedes Stockwerk toll einzeln wieder eingeschweißt, also wenn man bei Katrin Pandoras Box Sets kauft, gebraucht, die kann ich euch sehr empfehlen. Die sind super aufbereitet. Nichtsdestotrotz waren halt jedes Stockwerk ein paar Tüten nummeriert mit Erdgeschoss. Und man muss halt einfach sagen, dieses Erdgeschoss alleine wiegt so viel wie so manches Lego Modular. Und da sind eigentlich auch schon so viele Teile drin, wie in manchem anderen Lego Modular. Weil da unten gehen allein, glaube ich, 2000 Teile rein, würde ich fast sagen. 2000, 3000, 4000. Ja, 2000 könnten da unten schon reinpassen. Ja, es ist, die Figuren schauen wir zum Schluss an, denn, wie gesagt, diesen Stein des Anstoßes und nehmen wir mal das, was man in Deutschland bekommt. Das sieht so aus und das ist einfach von außen sehr sauber durchgezogen. Ich kriege es nicht ganz zusammen, sage ich auch, das ist ein, biegt sich durchaus auf. Das liegt einfach an diesen alten Bausteinen. Ich glaube, wenn man heute die aktuelle Charge kauft, dann dürfte das nicht mehr ganz so schlimm sein. Kann ich auch gleich vorher noch. Ah, hier habe ich noch die andere. Es war diese Plate dabei, Base Plate, und die war mir schon von Anfang an. Ja, ihr seht, die habe ich mir gespart und habe gleich eine von Wangi unten rein. Und, ja, die ist schon stabil, aber sie hatte halt einfach jetzt schon sich aufgebogen. Und das muss die, muss ich sagen, die Wangi, ihr seht das Ding aufgrund des Gewichts und alles, aber da biegt sich nichts auf oder so. Das ist schön. Und ich finde das Haus eigentlich auch von hinten sehr schön, weil es super schlicht ist, aber man einfach von beiden Seiten sagen kann, ist ein Haus. Ja, und von hier sieht es auch nicht anders aus. Also geht was. Ja, es ist, wie gesagt, ein Klopper. Ich brauche euch das, glaube ich, auf der anderen Kamera gar nicht im Detail die Fassade zeigen, weil ihr seht sie. Da oben sind auch noch zwei so Sachen, wo ich nicht weiß, ob die, wo sind sie, sehe ich sie irgendwo. Genau, da oben drin, hinter diesem Rad, seht ihr so Microfiguren. Ich habe keine Ahnung, ob sie jetzt in der aktuellen Version das anders gemacht haben, da innen drin, denn auch diese kleinen Macrofiguren sind 3D-Marken geschützt. Keine Ahnung, wie das jetzt dann bei einer aktuellen Version ist. Wer es weiß, gerne unten reinschreiben, ob die immer noch so sind oder anders. Ich habe eine Anleitung, ich habe eine Anleitung, ich habe eine Fahne. Genau, es sind Teile übrig geblieben. Mir hat eigentlich auch nichts gefehlt, Katrin hat das super, wie immer, sortiert. Ah doch, eine Plate hat mir gefehlt. Gar keine so kleine. Es ist hier noch ein Stickerbogen mit transparenten Fischen, die nicht aufgeklebt sind. Es gibt noch einen anderen Stickerbogen, den ich aber nicht habe, weil der leer ist. Also weil die Sticker sind alle verklebt und leider gibt meine Anleitung schon so ein bisschen auseinander. Aber ich zeige euch mal so kurz, was kleinteilig bedeutet. Denn allein der Boden im Erdgeschoss ist ein Erlebnis, so viel kann ich mal sagen. Also schaut einfach auch mal auf die Teileanzahl oben, 120, 120 und da ballert man die so zusammen. Und dann blättert man um und dann ballert man die so zusammen. Und was steht am Schluss? Mal zwei. Yay. Und dann baut man das da so zusammen. Ja, und dann einfach auch die... Ja, so wird zum Beispiel so ein Fensterrahmen gebaut. Ihr seht, das sind immer mit einmal eins, Bricks, Plates, bla bla bla, ballert man das so hoch. Aber es ist am Schluss ein sehr schwerer Klotz. Ich versuche ihn mal zu zerlegen. Wir haben dieses massive Teil. Irgendwas ist gerade abgefallen, ich weiß gerade nicht was. Das ist einfach mal Beton. Also das ist wirklich zwei Lagen Plates und dann noch was drauf. Ah, da ist tatsächlich in der Mitte ein... Das Center Stage ist rausgefallen. Hat wohl kurz nachgegeben. Das ist einfach, damit kannst du jemanden auf den Kopf hauen und dann fällt da um. Das ist ein krass, das Ding. Man könnte es auch als, ja, so Küchenunterlage oder so benutzen. Das. Dann haben wir ein Stockwerk. Zeige ich euch gleich auf der anderen Kamera. Mit dem Maritimen Aquarium mit der ersten und Eie und was weiß ich was. Dicker Klopper. Dann haben wir ein Zwischengeschoss. Das sieht so aus. Und ich sehe gerade hier ist mir die... Das Treppengeländer abgefallen. Das fixen wir doch mal kurz. So. Und dann haben wir die Eingangshalle mit Brickbuilt Türen, die auch sehr filigran sind. Moment, will ich die überhaupt auf? Boah, die klemmen da dazwischen. Ja, die sind jetzt nicht perfekt da unten die Türen. So viel kann ich mal sein. Ich weiß auch nicht, ob ich das jetzt so schnell gefixt bekomme. Lass die Türen einfach zu. Das war keine gute Idee, die aufzumachen. Ich lasse die jetzt mal so. Ich lege das zur Seite. Da habt ihr hinten eine wunderschöne Tür. Ich schalte mal hier um. So, hier haben wir eine wunderschöne Tür. Die ist super. Und die ist tatsächlich, glaube ich, keine Wackeltür. Die hält einigermaßen, wie ihr seht. So. Diesen typisch Xing Bau. Besondere alte Recherchen. Da muss man immer ein bisschen gucken, wie man die zueinander hinbekommt. Und auch hier die Fenster mit so Gittern davor gebaut. Von der Seite sehr sauber. Und wie gesagt, die Türen, die habe ich jetzt da auseinandergerissen, weil man die nicht wirklich sinnvoll aufmachen kann. Aber jetzt biege ich die auch noch raus, weil dann haben wir innen mehr Licht. So. Und dann macht man da auf und findet eine richtig dicke Treppe. Dann einen sehr Musterboden. Und da sehen wir jetzt diesen, ja, durchaus, wenn er fertig ist am Schluss, sehr coolen gefließten Boden. Obwohl er nicht gefließt ist, weil er, wie gesagt, that's not on top. Und da hinten, das wird man jetzt hier schwer sehen, sehen wir das erste Aquarium unter der Treppe. Was ihr da drin seht, sind alles Aufkleber. Die Treppe ist echt cool gebaut. Einfach da mit so, da hoch. Und hier hinten haben wir noch einen dicken, dicken Fisch. Und da in der Ecke haben wir auch noch ein Aquarium. Was ist da drin? Ein gelber Fisch. Ein Oranger. Und da hinten, hier innen, haben wir noch mal so eine Vitrine mit Fischen. Genau. Kann das nicht rausnehmen. Und das Ding wiegt einfach schon mal. Das ist echt massiv. Dann kommt, geht die Empore nach oben. Und man landet hier. Da dieses Loch, wo ihr mich gerade seht. Da geht sozusagen diese große Treppe hoch. Und innen haben wir auch mal wieder Fische. Wer hat's erwartet? Dann geht eine Treppe in die nächste Ebene. Und hier haben wir ein, ja, sehr nettes Skelett. Kräten? Ne, sieht nach Skelett aus. Storgetier und so. Keine Ahnung, welcher Hai das ist. Da hinten haben wir auch noch ein paar Fische. Und hier haben wir auch nochmal ein Aquarium, Terrarium. Keine Ahnung, Aquarium wahrscheinlich. Mit Grüngedöns und dann geht's die Treppe hoch. Aber hier einfach auch mal die Details. Es sieht schon cool aus da vorne. Aber man baut sich echt einen Ast, bis das so aussieht. Und auch diese Halbrundungen finde ich sehr spannend. Jetzt kommt das da wieder drauf. Und dann kommt der dritte Stock. Da kommen wir hier hoch. Und kommen hinten in, gibt's so ein Regal mit lauter Muscheln. Dann ein, ja, zwei verschiedene Haie. Nur eine mit Säge, der andere ohne. Und dann hinten haben wir noch, ja, das sollen auch einfach so Ausstellungsstücke von Knochen oder so sein. Hier in der, ist das ein Delfin? Ja, ist das ein Delfin? Der ist süß. Hol ich mal raus. Da haben wir diesen Delfin. Flipper ist unser bester Freund. Genau. Und hier hinten haben wir auch noch ein Pack Knochen. Ein paar Prints auf der Seite. Nee, keine Prints, sondern Bilder, die aus Dickern bestehen. Aber das ist nett und alles natürlich cool gefließt. Geht so dahin. Auch eine andere Farbe als unten gefließt. Finde ich cool. Und dann geht das da wieder drauf. Und dann haben wir hier noch diesen massiven Klotz. Der ist, wie gesagt, ohne den Hammer nicht bewegt. Also wer sich dieses, der damit liebt, euch diese Sätze kaufen, kauft euch den Moldkinghammer oder legt euch einen Gummihammer zur Seite. Anders ist das nicht machbar. Ich habe das in der Nacht dann fertig gebaut und hatte ein bisschen Angst, dass jetzt gleich meine Nachbarin von unten hochkommt und fragt, was mit mir nicht stimmt. Und wieso ich so rumhaue und wieso ich mitten in der Nacht anfange, irgendwas zu zimmern. Das war, weil ich dieses Dach zusammengehämmert habe. Aber am Schluss, wenn es dann alles da drauf steckt, ist es ein stabiler Klopper. Wenn man ihn dann zusammenbekommt, wie ihr seht, dann muss man durchaus mal die Faust zurate nehmen. Dann zeige ich euch die verbotenen Figuren. Die haben hinten keine Drucke oder so. Ja, doch, teilweise schon, aber keine Wendegesichter. Die sind jetzt auch unspektakel. Die haben keine Namen oder irgendwas. Hier immerhin Füße auch bedruckt. Und das sind die bösen Figuren, die ja verwechselt mit Lego. Oh, deswegen dürfen sie nicht hier sein. Kann man jetzt natürlich zuverbreiten, aber das tun schon andere. Und Anwälte verdienen sich eine Goldene dabei. Ja, der ist doch cool, finde ich. Hat sich schöne Figuren und es sind halt einfach auch zwölf Stück, die einem da mitgeliefert werden. Der auch sehr cool, finde ich. Oder die, besser gesagt. Genau. Ich habe jetzt noch nicht herausgefunden, wer Angestellter ist und wer... Der eine sieht aus wie ein Cowboy. Ja, ist mir jetzt nicht ersichtlich, wer dort arbeitet und wer Besucher oder Besucherin ist. Das Xingbau Maritime Museum. Was sage ich dazu? Ich habe kurzzeitig mal... Habe ich es zur Seite gelegt und dazwischen was anders gebaut, weil es mich fertig gemacht hat. Also weil es wirklich, wie gesagt, geht nah an die Strafarbeit an manchen Stellen. Man muss wirklich kleinteilig... Geht langsam voran. Interessante Bautechniken sind es trotzdem. Allein sowas wie der Boden, den ich euch da gezeigt habe, sowas würde man jetzt bei Lego nicht sehen, weil es eine illegale Bautechnik ist oder so. Hat tolle Details in... Man baut da ein Aquarium hier und da baut man noch was ein und da fließt man und da haut man nochmal eine Plate auf eine Plate auf eine Plate und auf eine Plate. Und es ist von beiden Seiten ansehnlich und auch von den Seiten. Also es ist wirklich... Hat seinen eigenen Stil. Und irgendwo in der Stadt passt es schon rein. Was soll ich sonst sagen? Nicht so geil. Es ist wahnsinnig kleinteilig zu bauen, aber das ist subjektiv. Dass es Sticker hat, ist natürlich schade. Dieses Plate auf Plate ohne Hammer nicht zu lösen. Und ich habe leider keine PDF-Version gefunden. Ich habe bei YourWop in der Library jede Seite als JPEG gefunden, aber ich habe kein PDF dazu gefunden. Würde ich es mir für 180 Euro kaufen? Vom Teilepreis her ja. Vom Stil her gefällt es mir dann doch nicht gut genug, muss ich sagen. Es passt nicht so zu meinen anderen Häusern. Aber das war jetzt so... Es gibt so den Sembo Club und das hier. Und dann noch ein, zwei Sets, wo man immer sagt, das sind so die Anfänge der Alternativen, die man sich mir anschauen sollte. Und da ist das natürlich sehr weit vorne. Das Ding ist eine Materialschlacht, ein Teilefresser, einfach 5000 irgendwas Teile. Wow! Habe ich jetzt gebaut. War eine Erfahrung. Nochmal würde ich es nicht machen, weil das ist schon sehr kleinteilig. Da finde ich dann... Keine Ahnung, Osoyang oder manche Mocker bauen ja auch kleinteilig, aber es kommt einem nicht so Sisyphus und Strafarbeit vor wie hier. Ja, meine Meinung. Gerne eure unten rein. Lasst einen Daumen da. Auch gerne unten reinschreiben, wer es hat und was bei euch daneben steht, was passt dazu. Oh! Das war der Donnergoogler für heute. Lasst es euch gut gehen, klemmt euch nicht die Finger ein. Schaut noch die Videos, die jetzt kommen. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.